News, Ergebnisse, Stimmen, Sportschau in 100 Sekunden, liefert täglich die wichtigsten Meldungen aus der Sportwelt, kompakt und aktuell an ihr Voice-System. Zudem gibt es an Spieltagen der Fußball-Bundesliga Reaktionen, Analysen und Meinungen, und zwar schon kurz nach dem Abpfiff der Spiele. Aktivieren Sie die Sportschau in 100 Sekunden in den Einstellungen der Amazon Alexa App unter, tägliche Zusammenfassung oder sagen Sie Alexa, aktiviere die Sportschau. Mit Alexa, gib mir meine tägliche Zusammenfassung, spielt Alexa die 100 Sekunden dann in ihrer täglichen Zusammenfassung ab. Auf Google Home Geräten oder auf dem Handy über den Google Assistant können Sie die Sportschau in 100 Sekunden mit Hey Google, spiele mir die Sportschau in 100 Sekunden anhören. Oder aktivieren Sie die 100 Sekunden in den Einstellungen der Google Home App unter, Nachrichten und Sie erhalten das Audio in Ihrer, Mein Tag, Zusammenfassung mit dem Aufruf, OK, Google, Hey Google, wie wird mein Tag? Auf HomePod-Geräten oder auf dem Handy können Sie die Sportschau in 100 Sekunden mit Hey Siri, was gibt es Neues von der Sportschau anhören.